ja hallo erstmal und herzlich willkommen zurück zu sind wir schon zwei und wir sind auf dem weg zum abbruch gelände wie wir in der letzten folge ja schon gesagt haben wir wollen hier hin um den kontrollpunkt einzunehmen von den heinz da hätten wir auch noch ein aber auf dem weg sind noch zwei neben neben einsätze also wir machen den fertig und die beiden die sammeln wir auch noch ein ok auf geht's kommt auf ok da war nix dachte ich etwas gehört habt ihr sie ja die aufgehörte geschossen da hinten kommen wir helfen da mal ein bisschen aus alles klar schätzchen alles rutsche auf uns warten noch mehr kämpfe ja auf uns auch ich brauche gleich wenn wohl den kontrollpunkt einnehmen also auf geht's auf geht's man sind ja keine keine belanglosigkeiten dass wir dir helfen die helfen uns ja auch schließlich und nur wenn wir zusammenhalten sind wir stark heißt aber so schön legen wir los er liegt hier los ich klicke auch gleich los so dass wieder grüne grüne gift grünes gift müssen wieder aufpassen kommen wir gehen erst mal jeder plöner da ist der außenposten nur die frage von wo wir am besten taktisch rangehen erst mal plündern handschuhe stufe 5 oh eine enge gasse durch diese hohle gasse muss er kommen kommen wir gucken mal handschuhe waren noch neue die waren auch besser als wir jetzt hatten genau das lohnt sich ja mal wieder gut gucken 5 24 handgranaten alles klar da oben steht eine auch ein so eine panzer der ist da und wir fangen gar nicht rein außer von da nächstens in der richtung wo wir gerade laufen laut radar sind da auch welche also aufpasse aufpasse und jedes kontrolliert oder da steht eine das war die frage jeder sind mehrere die da stehen okay also deckung 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 wie stark sind die nimm diese seite hier das denke ich mal da kommen wir aus dem kontrollpunkt raus nö die sagen sie auch was die man machen oder was doch von da wuhuhuhuhu bin wieder vernebelt aber nicht desto trotz wir haben eine handgranate kommen wir da weit geschmissen oh zack ok kampfgebiet deswegen noch keine eigene heilung ok ha heil 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 ok um sucht da wurde jetzt gar nicht hin da kommt ja kommt schlechter zeitpunkt das genau richtig erkannt wir gehen mal kurz gucken hier mal zum einsammeln nö gibt nichts zum einsammeln aber wir können auch nicht in der richtung hier sind die feinde voraus jetzt fängt es nur an zu regnen ok ab wo ab wann können wir hier die rakete schießen alliierte rufen ok machen wir hier oder machen wir woanders fangen wir in 200 metern sind die da oder 200 meter haben die noch zu laufen da muss sie irgendwo da fein sein gehen wir hier hier rein da oben seht ihr da hat den violetten den hatten wir ja früh schon freigeschaltet wann kommen unsere verbündeten 212 211 10 9 könnten ja schon mal anfangen ne nehmen wir das schroti gewehr am besten ja nehm ich schroti aufladen komm da rennen wir hier mal rüber können wir nicht hoch doch können wir plündern jo weiter gehen ok 21 21 22 22 22 23 23 Uh, komm. Lauf, 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 lauf. Uflan, komm. Drohne. Hey, da sind unsere Freunde. Wunderbar, komm jetzt. Aber, uh. Da wollen wir mithelfen. Oh, ho, 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 ho. Oh, macht er uns noch heilen? Jo. Oh, war knapp. Okay, Drohne kaputt. Müssen wir uns selber heilen. Okay. Alles einsammeln. Huch. Okay. Plündern. Können wir das Stück mit dem Gewehr hier machen, oder? Komm doch von da, ne? Ja, ja, komm. Zack. Ja, noch mehr. Zack. Ich auch. Na? Oh, da vorne. Uh, 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 uh. Bin ich mal gespannt, bin ich mal gespannt. Rettet uns. Die anderen müssen uns freihalten. Oh, hier, da, Alter. Aber. Komm, 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 komm. Oh. Abkühlen lassen. Ja, Verstärkung. Dazu zieht er rum. Hatte ich Angst? Rossi doch nicht. Zack. Oh, verlassen wollte ich. Ja, aber erstmal einsammeln hier. Medikit haben wir gebraucht. Oh, ne, komm, hier. Oh, was der Dicke da so liegen lassen hat. Einsammeln. Gibt noch was anderes hier. Ist doch gerade so ein Mistwetter, ne? Also ehrlich mal. Plündern. Ah, versteckt. Haben wir gar nicht gesehen. Ja, wir haben alles eingenommen. Sammelt. So, den Vorratsraum. Den gibt es wieder da hinten. Kontroll-Officer benötigt. Aha. Dann mal los. Was braucht er denn? Schrauben. Spenden wir mal. Alles, was wir haben. Ja, komm, wir geben alles. Dosen hat er auch nicht. Gut. Komm, mach voll. Gibt alles. Widrig. Wir konzentrieren unsere Kräfte auf mehr zu sammeln. Alles klar. Jetzt habt ihr aber erstmal genug. Ja, na klar. Dafür sind wir da. Wir helfen gerne. Auch wenn hier so ein Shitwetter ist. Fast so passend wie bei uns gerade draußen. Was hat er gesehen? Ach so, auf dem Weg Proviant sammeln. Wo ist jetzt? Geht es hier rein? Na klar, komm. Ist das hier zum Vorratsraum? Ist er das hier? Ach, da hinten. Hier noch was zum Einsammeln. Nö. Dann wollen wir die mal plündern. Oh, viele, viele, viele Schätze. Ja, komm. Erstmal alles. Nö. Alles. Oh, 30. Wir haben wieder voll. Okay. Inventar. Dann müssen wir aber zerlegen. Waffen haben wir auch neu gekriegt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Denn sagen wir mal. Die behalten wir noch. Oder die behalten wir, ne? Die hatten wir vorhin gehabt zum Schießen. Glaube ich. Also zerlegen. Ja, zerlegen. Genau. Ja. Zerlegen. Ja. Gut. Könnten wir nächstes Mal auch alles wieder verkaufen? Wenn wir in irgendeiner Basis sind. Zack. Ja, weg damit. So. Ja, die kann auch weg. Wir haben ja ein gutes Rotflinte, finde ich. Dann können die ruhig weg, weil wir haben hier eine mit 2,1 K. Oh, nee, die ist safe. Die beiden sind safe. Jetzt sind ja. So. Was haben wir hier? Ist besser als wir haben. Dann können wir die zerlegen. Jupp. Zerlegen. Ja, komm. Ich meine, auf einer, das ist ja ganz gut, dass man, äh, dass das zerlegen etwas dauert. Hier das Rom, bis der Kreis voll ist. Da kann man immer noch schnell sagen, oh nee, wollte ich doch nicht. Auf der anderen Seite dauert es manchmal auch ein bisschen länger. So. Da haben wir jetzt eigentlich schon das Beste am Start. Können wir jetzt eigentlich alle zerlegen. So machen wir Plätze frei. Jetzt haben wir noch 16 im Inventar. Zack. Hätte man auch gut verkaufen können. Auch wenn das immer so wenig aussieht, aber im Endeffekt bringt es ja doch ganz schön viel. Aber, da kommt noch so viel zusammen, bis wir das nächste Mal irgendein Schützpunkt sind. Hier haben wir 7, 3 und da sind 2 drin. Okay. Gucken wir mal hier. Oh, 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 6. Dann sind die anderen in demzufolge ja schlechter. Okay. Also, raus damit. Schutzstoff bestätigen. Gut. Zack. Ich glaube, die kann man auch irgendwie spenden. Irgendwas war da nicht auch noch irgendwo. Bevor wird mal alles hier zerlegen. Aber egal. Wie gesagt, wir kriegen ja noch so viel. Wir müssen auf. Wir kriegen ja noch so viele Dinge. Alles plündern. Plündern. Oh, hier. Plündern. Siehst du, schon haben wir da wieder was neue Waffe gekriegt. Alles geplündert. Gut. Mal reingucken. Waffe. Wieder ein Schrot. Schrotflinden. Nahkampfschaden. 31. Jui, Jui, Jui. Haft natürlich Rinde. Aber immer noch nicht so gut wie die. Also, lassen wir das noch. Und. Porncherbisch. Oh, wir haben ja eine gute, eine gute, von Richter und Kaiser GmbH. So. Dann können wir den Raum verlassen. Ja. Das hätten wir erledigt. Manchmal sehe ich immer Sachen, wo die eigentlich doch keine sind. Ja. Was? Wer ist hier am Schießen? Ach, kommen wir auch irgendwie runter, ne? Denke ich mal. Ja. Oh. Hängt er sich jetzt fest hier? Wollte ich gerade sagen. Wollte doch da hoch. Da war doch die Kiste zum Auffüllen. Inventar voll. Okay. Jo. Wir haben gute Arbeit geleistet, mein Junge. So. Dann schauen wir mal. Karte. Los. Komm. Das ist unser Stützpunkt. Wunderbar. Dann wollten wir hier diese beiden SHD-Technologiebehälter nehmen. Äh. Ja, denn. Da wird geballert und geballert. Nee, wir haben unsere Aufgabe. Da müsste jetzt alleine klarkommen. Wir wollen hier das SHD-Plünder-Technologiebehälter. Wow, wow, wow. Zick, zack. Oh, hier. Elektronik. Titan. Oh, das ist ja irgendwie da oben. Ist da hinten. Okay. Zack. Ja, wir haben alles geplündert. Weiter geht's. Jetzt hier die Treppe hoch. Oder liegt hier noch was? Nö. Gut. Jetzt fängt und zappelt sie deiner Luft. Oh. Wo kommst du denn her? Ohli, 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 ohli. Wo kommen die denn her? So, sie hat ausgezappelt. Cool. Alter, fahr doch mal im Trittig-Guter-Team. Gleich von der... Ich lasse sie gleich alle auf der Treppe erwischt haben. Brauchten wir gar nicht groß kämpfen hier. So, es ist die Behälter. Da ist der. Da ist noch nicht der ESD-Behälter. Aber hier ist er wieder. Da, 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 da. Andere Seite. Ja. Zack. Downtown Boss entdeckt. Meatwagon. Kopfgeld-Einsatz. Projekt beendet. Ach, war jetzt bestimmt wegen... Ach, hier. Guck, 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 guck. Was können wir da für den Müll? Elektronik ist da drin. Aha. Wo geht jetzt unser Fall denn? War das nicht schon unser SD-Objekt? Haben wir aus Versehen jetzt schon gleich den zweiten fertig gemacht? Vielleicht ja natürlich auch nicht schlimm, ne? Sag ich nicht nein. Dahinter? Wie kommen wir da rein? Na, hier? Ach, hier. Komm, wir wollen da mal reingucken. Schade, dass man keinen Dietrich hat oder sowas zum Rufmachen. Dass man da immer Munition wegballern muss. Aber okay. Man kriegt ja genug Munition. So ist es ja nicht. Ist ja nicht hier wie bei armen Leuten, nö. Munition kriegen wir ohne Ende. Interagiert. Lass mal runter, das Zeilchen. Ich muss noch kurz auf die Karte gucken. Ach, da ist es jetzt. Ach, Kopfgeld. Okay. Sorry. 13 Minuten. Na, da müssen wir da hin. Na denn. Äh, ja. Komm. Auf, auf. Wir müssen runter. Schnell, schnell, schnell. Die Zeit rennt uns davon, hat er gesagt. Hier. 13 Minuten haben wir Zeit. Ja, dann komm, hier. Weißt du, was ich sehe? Was? Nichts. Endlose Tage voller nichts. Alles ist weg. Wir glauben, dass wir es irgendwann wieder aufbauen können. Aber es ist weg. Vielleicht erleben unsere Enkel irgendwann, wie es mal gewesen ist. Aber für uns bleibt nur das. Nichts. Und du glaubst, nicht zu unterdrücken, die Antwort? Nein. Es gibt keine Antwort. Wir werden sowieso alles sterben. Wahrscheinlich früher, als uns lieb ist. Ich kann also vorher wenigstens noch ein bisschen Spaß haben. Na auf, Peter. Das bist doch nicht du. Das dachte ich auch. Aber ich habe vorher gesagt, dass ich mit Maya ausgehen und für meine Abschlusskunde waschen wollte. Gut. Wenn du dich kaputt machen willst, dann kann ich dich nicht aufhalten. Ich bin hier, falls du deine Meinung änderst. Es ist nicht nichts. Für mich schon. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab die Schnauze sowas von voll. In zwölf Minuten sollen wir da sein. Ich bin mit dein Kontrollpunkt in der Nähe. Jo. Gestürzte Kräne. Das haben wir ja schon freigeschaltet. Hallo meine Freunde. Haben wir noch alles klar hier? Also check. Patrouille. Das hier. Batsche. Los kommt. Kommt mal mit hier. Habt ihr das gehört? Ah, zwischen und so. Der hat sich gefreut, dass wir hier sind. So. Jetzt mal. Und der Grundeingang entdeckt. Ich weiß das auch. Aufladen. Wenn er sagt Untergrundeingang entdeckt, heißt das. Wir müssen uns in den Untergrund begeben oder einfach nur neutralisieren. Hier. Komm. Und dann gleich. Deckung. Oh. Gegen die Sonne. Natürlich doof. Aber egal. Nachladen. Komm, komm, komm. Puh, der war knapp. Ey. Granate fliegt. Uhuhuhuhu. Okay. Andere Waffe. Immer in Bewegung bleiben, hat die Dame gesagt. Die gute Frau. Zum Anfang. Hä? Ich muss auch nachladen. Hö, hö, hö. Oh. So. Jetzt erst mal meine. Hö, hö. Kaputte. Komm. Waffe wechseln. Gott. Einsammeln. Was hier geht. Ich. Nö. Ich. Überlass mir mal. dass ich die fertig mache. Komm. Haben wir alles? Das weiße Haus. Sind wir doch hier. Wo ist er denn? Oh. Okay. Das sagst du. haben wir den jetzt erwischt 25 Meter müssen wir zurück ist er jetzt da hinten oder was ach da da ist der Butsche alles klar aufladen ich sterbe noch an Langeweite sagte er ist ja mal kackenfrech oh der Butsche oh haben sie meine Knarre schon kaputt geschossen und oh 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 na Deckung oh der ist aber ganz schön gesichert der Jung okay komm gehen wir hier lang haha gut ist irritiert oh der ist ganz schön heftig der Jung puh die Musik kann man äääh kuck 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 Hör auf, sie schießen! Hehehehe! Ziel neutralisieren! Jetzt geht es hier ums Ganze! Ja, genau! So wie du! Oh, er ist wieder vernebelt! Oh! Rüber, rüber, rüber! Oh! Oh! Nee, wir müssen uns heilen! Gott, 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 Gott! Du hast vergessen! Äh, meinst du? Hier rum, komm! Oh! Interessant, ne? Die ein Butsch, ey! Das ist aber ganz schön... ganz schön krass, der Junge! Aufladen! Hinter uns? Sie haben das Ziel erwischt! Gut gemacht! Wie es aussieht, haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient! Gut gemacht! Cool, ey! Kopfgeld! Hey! Na, das haben wir ja gut... Ja, schön gefickt eingeschädelt! War aber ganz schön hart! Puh! Da geht's zum Untergrund! Das war ja mal... Heavy, heavy, heavy! So! Sind wir schon beim Weißen Haus? Können wir irgendwo was aufladen? Äh... Mal kurz Karte! Sind ziemlich weit weg, ne? Ja, komm! Gehen wir mal in den Untergrund rein! Hoffen wir mal, dass da nichts schief geht! Ja, komm! Leider benutzen! Mal gucken! Ja... Kann auch abspringen! Okay! Wollte ich mal testen! So, dann wollen wir mal gucken! Hat hier mal der Grund los ist! In der Kanalisation... Gibt's hier auch Feinde? Oder es hat nur... Allgemein mal kurz abkürzen oder so... Irgendwie kann man nix aufmachen... So, cooldown... 103 Minuten... Äh... Sekunden... Aber hier wird bestimmt noch mal umher geschossen... Echo... Oben... Ja... Ja... Das wird da oben sein... Genau... Ja... Wir sind leider hier unten... Da können wir nix machen... Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt... Naja... So kommt man auch von A nach B... Ne... Und ab und zu findet man hier noch was... Aber ich denke mal hier wird auch noch... Äh... Ja... Ja... Los... Auf geht's... Auf geht's... Auf geht's... Auf geht's... Weiter... Ja... Der andere... Der war ja auch schon... Schon richtig gut gepanzert... Muss ich sagen... Ich denke mal mit dem... Mit unserem Maschinengewehr am Boden da... Unsere automatische Gun... Wäre das nicht so schnell gegangen... Okay... Hoch... So... Ich glaube hier war das... Wo wir... Die SHD geholt hatten... Ne... Wenn wir jetzt... Äh... Zu unserem Stützpunkt laufen... Wird da auch alles aufgefüllt... Oder nur in der... Hauptzentrale... Das ist jetzt mal ne Frage... Hm... Stützpunkt ist ja hier... Ne... Aktueller Bedarf... Äh... Braucht was... Der Officer... Hallo... Mal gucken ob was aufgefüllt wird... Hm... Reden wir mal... Haben wir denn was zum anbieten... Schrauben... Wir haben keine Schrauben... Tut mir ja leid... Mein Freund... Ich war schon in Sorge... Danke für diese Forderung... Halt dich bloß... Weintritt... Verstärkungserforderung... Vorsicht... Da schleicht sich jemand an... Reiz zu Ihnen... Ich hab Lager... Oh... Ihr steht mir alle im Weg... Oh... Stand ein bisschen im Weg... Die Jungs... Sonst hätte ich ja schon längst geschossen... Oh... Und wenn du von hier nix triffst... Dann musst du da nicht... Nachladen... Hm... Ja... Dann müssen wir glaube ich mal... Erstmal zum weißen Auto... Vor wir irgendwo wieder... Äh... Na... Gibt ja wohl nicht... Ehrlich mal... So... SAD-Technologien... Fertigkeiten... Freischaltung... Haben wir noch... Nix... Okay... Kontrollpunkt... Kontrollpunkt... Siedlung... Theater... Waren wir doch schon, ne... Wo war jetzt ein Theater... Hier, ne... Theater... Ne... Hotel... Oh... 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 Na gut... Komm... Wir machen mal... Quaddeln nicht... Quaddeln nicht... Ja... Zum CVs gehen wir mal... Und dann anschließend... Hier hin... Da sind Schrauben... Ah... Okay... Schnellreise... Hm... Geht da keine Schnellreise hin? Warum nicht? Sind wir zu dicht dran... Oder was ist da? Ne... Doch... Jetzt... Schnellreise... Achso... Weil... Hahaha... Weil der Cursor wieder ganz woanders war... Hm... Naja gut... Okay... Diese... 100, 200 Meter hätten wir auch laufen können... So... Munition... Somit kurz... Granaten aufgefüllt... Seher Bereich... Betreten... Fähigkeiten... Alles klar... So... Jetzt noch mal kurz gucken... Wir wollen noch mal die SAD hier holen... Brutalisch... Ich meine... Die Namen sagen ja manchmal auch schon alles... Ne... Hier können wir glaube ich verkaufen... Ne... Mal gucken... Ne... Verkaufen... Doch... Verkaufen... Hier... Aber da müsste ich erstmal reingucken... Was wir... Im Inventar überhaupt so haben... Nicht dass wir irgendwas verkaufen... Was uns lieb und teuer ist... Ne... Waffentechnisch haben wir nichts weiter... Okay... Äh... Was gibt jetzt hier Neues... Nix Neues... Okay... Auch nix... Hoffe jetzt... Hier... Die sind besser... Und... Nix... So... Wenn wir jetzt hier auf Verkaufen gehen... Also... Wir sind hier im Verkaufen... Bergen geht nicht... Weil wir ja nicht in der Dark Zone waren... Da sind die meisten ja drinnen... Verringern die Kohle... Hu 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 hu... Weil hier immer steht... Alles plus plus plus... Deswegen irritiert mich das mal... Dann lassen wir das lieber mal sein... Ja... Komm... Wir gehen dahin... Wo wir hinwollten... Zu SAD... Na... Wie heißt du mein Freund? Ja... Komischen Namen haben die immer manchmal... Aber... Ist... Oder hier... Soll uns egal sein... Was für Tasten... Kürzen sie alle nehmen... Irgendeine Bedeutung steckt da doch immer dahinter... Aber egal... Komm... So ab... Interessantes Objekt entdeckt... Interessantes Objekt entdeckt... Meint ihr jetzt das hier... Irgendwo... Kristallschädel... Hu hu... Okay... Denk mal das meint ihr jetzt... Ne... Mit interessanten Objekt... Okay... Ah hier... Plündern... Wie gehabt... Hehehe... Hm... Ach so... Gut... Da komme ich rein... So... Hier rum... Hier rum... La rum... Löffelstiel... Hä? Hinter uns... Wo kommst du da... Oh mal her... Böse... Böse... Oh... Habt ihr gehört... Der... Quiek... Volk hat es sein... Da... Der Ruder... Bisschen... Schneide... Da wollen das Beleuchtung... Komm... Auf geht's... Wollen uns hier nicht lange aufhalten... Zip... Zip... Ich sag... Die ganze... Nochmal zurück... Ich glaub hier waren wir schon... Ja... 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 Kommt mal alles so bekannt vor... Genau wie sind wir da durchgelaufen... Um zu den anderen zu kommen... Hier haben die Jungs ja... Von der Leiter... Geschossen... Hehehe... Wo sie den Zappel Philipp gemacht hat... Genau... nun liegen sie natürlich nicht mehr da kann er nicht runter rutscht geht so wird nicht Prozent und auf geht's auf geht's gleich mal nachladen Ui und kam hier wo nicht drauf geachtet ehrlich mal ja kommt man mal einfach so durch die Gegend läuft ja was ist dann hier sind grüne Leute okay alles Roger in Kambodscha so alles klar ich hab hier nur ein bisschen aufgeräumt hab geschossen ihr könnt ganz normal weiter gehen okay hier erstmal ditte und hier zack da hätten wir das hier erledigt mit unseren SHD wir könnten natürlich weil er andere Schrauben braucht hier nochmal einsammeln oder gucken was im Fragezeichen ist unbekannte Aktivität wir können natürlich hier war der Kontrollpunkt den haben wir schon dann haben wir hier noch was Mikrofiend wir sind in der Nähe der Bibliotip Ammo was Ammonium Nitrat aha frag nicht so dumm so ja wir wandern hier wir werden hier mal eine Schnellreise hin machen und in der nächsten Folge werden wir den Nebeneinsatz machen ja die beiden Nebeneinsätze werden wir machen so damit sie aufhören zu quatschen ja wir werden jetzt mal schnell zur Siedlung reisen und dann in der nächsten Folge machen wir dann die Nebeneinsätze ja und dann könnte man schauen dass man denn das Gebiet vielleicht mal frei macht das wäre ja mal interessant zu wissen wie es denn ist so von hier aus schwer zu sagen bla 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 betreten Einsatz alles klar hier ist alles Roger hier gibt es keine Anforderungen oder was Neues aber hier ist der Verkäufer ja zeige ich mal an kaufen oh Handschuhe waffentechnisch hat er hier nicht groß was bei was uns jetzt zusagt na dann verkaufen wir mal warum sagt er mir die Panzerweste gibt der grün haben wir jetzt die die haben doch angelegt oder nicht das interessant interessant ich würde gerne mal wissen warum jetzt da haben sie immer so grünstatus alles höher sie wollen handeln ich will auch handeln also ich rufe in den Nahkampfstaden ja Präzision da ist die besser einfach war ja auch eine Schrofflinte ja weil hier sagt hier ist alles rot und beim Verkaufen ist alles wieder grün die beste ah ne ist der Rucksack wir können ja mal testen mit dem Rucksack so hier und dann kann man das doch als als Schrott markieren ne Schrott zerlegen als Schrott markieren kann man den ja auch verkaufen als Schrott komm wir testen hat mal aus Rucksack äh kaufen vergleichen verkaufen als Schrott markieren Plunder verkaufen was ist denn Plunder was hat er jetzt als Plunder verkauft würde ich mal gucken 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 Rucksäcke hat er jetzt die Rucksäcke verkauft na verkaufen wird erst mal ja komm verkaufen hab ich doch gut gut jetzt kommen wir mal hier genau das braucht jetzt ist alles wieder das passt sehr gut da sind die Rucksäcke auf einmal ja vielleicht ist vielleicht ein Bug genau was ich brauche weil jetzt können wir das alles verkaufen was alles rot ist haben drei Pistolen das passt sehr gut wenn sie zufrieden sind wenn ich das auch jo ich bin zufrieden ach wir haben noch eine Pistole da aha okay und die anderen das sind genau genau ja komm verkaufen bitte 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 Inventar jetzt haben wir so gut wie alles leer da haben wir richtig Kohle geschöffelt würde ich sagen Projekte mal gucken gibt es hier was neues keine Projekte verfügbar alles klar ach die ist auch vergesslich so wie ich so wir wollten an die Opus hier was gucken nix oh hier rote Mini-Kicken was bedeutet da da war es nicht bestimmt außerhalb hey was geht hallo so guck mal an hier ist hier ist die Spielecke jetzt auf einmal können wir hier noch was machen außer den Kindern auf den Kopf treten nö sorry sorry Michael Davis können wir auch nix anfangen jo scheint soweit alles hier fertig zu sein aber nächster Ausbau schaltet frei Chris Larsen das Theater muss ich mir nochmal schlau machen wie das ist mit den Ausbauen Siedlungsfortschritt Kooperation Belohnung Chris Larsen ok einsatz erforderlich Projektbau einer Wasserpipeline Bau eines Kühlhagers einsatz erforderlich eins von zwei also müssen wir noch ja sieh an da ist der Agent 111 von 4 3 ok 1234 und dann kommen wir noch hoch bekommst schon komm wir gehen hier mal andere Seite mal gucken da waren wir auch noch nicht hier ist unsere Lage was gibt es denn da neu ist da ist ein Fragezeichen im Lager 0 oder war das nur so 0000000 0000 das ist jetzt im Rucksack ne Lager 0 von 50 Postfach Lieferung gewährt ja agent braucht Verstärkung so was ist hier oben eigentlich haben wir schon alles abgeschickt was ist hier drin oh war meine bar sieht so aus und text bogey ach ja in der basis sieht man ja auch Leute Stufe 2 hat er glaube ich ne y betrachten tippt 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 so gibt es hier hinter was hehehehe sehen wir auch so aus wenn wir laufen denk mal ne da ist ja noch was Spieler suche ich dazu ach so gut jo also kann man denn auch andere Leute entdecken zumindest da drinnen hier draußen glaube ich nicht so wir gucken nochmal an der Karte ja als nächstes sagen wir mal in der nächsten Folge werden wir die Nebeneinsätze machen die da noch die hier noch sind amowoo ja was also hier ne die beiden blauen ihr seht ja die Nebeneinsätze werden wir machen und wenn wir da hätten wenn wir da hätten schon ach das war hier ne genau ja den Nebeneinsatz den da oben und wenn wir schon auf dem Weg sind denn da hätten das HSD jo so viel dazu ich hoffe es hat euch gefallen dann lasst einen Daumen nach oben da ne abonniert den Kanal abonnieren genau wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schaut auch gerne mal in den anderen Playlists nach und empfehlt mich weiter also bis zum nächsten Mal habt eine schöne Zeit bis dahin euer Terra see you later bye bye time bis zum nächsten Mal